So, willkommen zurück. Wasch geht? Ja, also als erstes drehe ich einen Soundlaser, weil letztes Mal war das ja ziemlich krass. Äh, hier. Guck mal, Chrom. Ähm, lieber ist er zu leise, weil... Boah, das war zu krass, glaubt mir. Ich hab die Aufnahmen weggeschmissen, die ich jetzt letztes gemacht hatte. Weil ihr habt mich gar nicht gehört. Okay, das ist einfach... Wow, war... Ich war... Hey! Ich wollte auch noch stücken. Okay, hier muss man, glaub ich, so... Ey! Ja, schon noch sagen hier, so einfach... Man, ich will ja... Ich will doch nur kurz abbremsen. Ja, okay, gut. Lass mich halt nicht kurz abbremsen. Das ist ja ein Scheiß, Mann. Was? Wie soll das? Hey! Komm, komm, komm! Ich versuch jetzt mal was. So, jetzt mal... Ich schaff das. Die fliegen auch gar nicht mehr, doch. Ich schaff's noch. Komm, 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 komm! Nooo! Ey, komm, das geht gar nicht. Das ist... Das ist der absolute Fake. Ja, komm! Mann! Ah, ich bin aber auch dumm. Ich hab bestimmt den falschen Schaden genommen. Okay, mit dem ist das einfacher. Oder auch nicht. Aber dann machen wir das jetzt ganz, ganz einfach neben den Rollschwimmern. Ah, okay, da muss ich auch durchsperren. Okay, ja, okay. Ich muss das aber auch hinkriegen, ey. Hier wird's ganz einfach. Doch, höh, höh, höh. Ach, der hat... Der hat gar nicht ewig Power? Doch. Doch. Ihr merkt, ich bin nicht der Beste in sowas, also... Wenn ihr was Gutes sehen wollt, dann geht nach, äh, Klaus-Bergen, Mann. Ach, keine Ahnung, ich hab da drauf jetzt auch keinen Bock mehr. Scheiß-Bottle-One. Äh, ist doch einfach, hab ich gesagt. Ja, ja. Super-hard-level. Ich muss mich verarschen. Oh, hey. Komm ich durch. Wartet, wartet, ich mach das ganz vorsichtig, okay? Ich will hier drunend mit euch krauchen. Ähm. Was sich mit einem Fuß sicherlich schwer macht. Au. Mit keinem Fuß halt. Aua. Aua, Mann! Okay, die Teile haben schon mal ausgetrickst. Das ist schon mal gut. Äh. Was ist da? Ich will's gar nicht wissen. Ja, das ist wirklich ein hartes Level und eins der beschissensten, die ich hier gespielt hab. Hm. Soll ich jetzt hier rausklettern, oder wie? Was stand da, Karl? Ja. Ah, Lukas, Wix, 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 Wun. Hä? Wieso? Hä? Soll das gehen... Ah, okay, das war's schon. Ups, tut mir leid. Jetzt ist die Aufnahme vorrot. Schicht. Jetzt muss ich wieder gehen. Ähm, genau. Elfix Skyjump. Das können wir ja mal zocken. Und zwar Jumps mache ich immer mit dem Typen hier. Mit dem Typen ein. Ähm, woher? Juhu, Timmy! Hä? Moment, okay. Hat denn das so ein gutes Waiting, Mann? Ähm, Waiting. So. Ähm, fern. Hab ich auch noch nicht gezockt. Ähm, warum hast du's getan? Weil ich hab Angst. Hör doch auf damit. Oh, hab mich erschreckt. Hey. Hey, war das nicht Slender? Kommt da noch mal ein Star-Langfahrer? Ich muss gar nicht. Soll ich hier hochgehen? Ich glaub ja nicht, ne? Hallo? Darunter? Soll ich darunter gehen? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Hey, du darfst hier nicht mitfahren. Du darfst hier nicht mitfahren. Geh. Was? Hm. Okay, nochmal. Okay. Oh, der arme Typ. Hey, das ist gemein. Kannst du bitte mal... Jetzt kommt gleich Slender. Wartet. Mann. Slender. Boah. Kann mir auch was? Ne, ne? Schade. Jetzt kommt hier... Nein, 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 nein. Lass mich nur mit dem scheiß Sperr, Mann. Geh alleine sterben. Ah, okay. Hier musste man jetzt dagegen. Nein. Lass mich bitte wieder raus. Komm ich hier durch? Nein, auch nicht. Schon wieder Slender. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Wow. Du machst du nur sowas, ey. Das soll ich sehen, dass da Waffen sind. Hey. Hey. Wir haben es geschafft. Okay. War ganz gut. Wenn ich eingeloggt würde, würde ich sogar 5 Sterne geben, weil... Die Slender-Dings fand ich echt cool. Wieder so... Speed Suntil 2.1. Okay. Habe ich das nicht schon mal gezockt? Wow. Oh, sorry, Timmy, ey. Hahaha. I'm so fies. Wow. Ich hoffe, ich muss hier runter, nicht, dass ich zähle. Nein! Timmy. Oh. Wie gemein. Immer der auf den armen Jungen. Das ist Mobbing. Wisst ihr das eigentlich, dass ihr den übelst Mobb, das kleine Kind, irgendwas bringt? Irgendwann bringt es das nicht wirklich. Oh, Mist. Ach, no, aber. Hihihi. Wow. Yeah, cooles Line. Ich drück' jetzt nur noch die Vordertaste. Das könnte sogar klappen. Ne, doch nicht hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Wo klappt das nicht? Hier. Und was ist denn? Hallo? Hey. Was war ich für ein Timmy so zu ärgern, man? Ist mein Kumpel. Oh. Das war cool, oder? Das war mal so ruhig, Digga. Oh. Lol. Hey, ich hab's geschafft. Cool, ich fühl mich jetzt fame. Hm. Steam Train. Cool. Demo. Och, ne Demo. Achso, ist nach vorne. die Köln zu Köln bester muss ich spüren ist da ich denke ich muss andere so geil ist ja mal richtig cool jetzt ziemlich schlecht also dass sich die Räder dann so erst mal so richtig schön blockieren das war es echt wieso okay sagen wir nichts an motto was das ist das richtige wir fahren euch ein tut das möchte ich mal bemerken wir fahren euch ein tut ihr könnt ihr das nicht auf youtube machen müsste das echt hier drinnen machen wo das auch gar nichts verloren hat egal 734 ok 7 wege zum sterben gibt es nicht irgendwas anderes mit 1000 wege zum sterben oder so ja was sind da passiert das einfach nicht explodiert oder wie ja ok das ist natürlich Prozent was Fettlady Oha das wusste ich auch wie ekelhaft stelle ich mir so vor so was passiert echt wo oben was der siebte Weg das hier war völlig von Effekt okay da hat sich was schönes einfallen lassen ab 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 muss man sich erst mal so ich will den r.com schuldig an bitte ich liebe alles so schön und jetzt muss man so was an ich zu so viele hin Au! Und da ich da drauf gesetzt, hat man... Okay. Jetzt hab ich sie wieder vereint. Wo bin ich denn das jetzt eigentlich hingebauen? Ich wollte eigentlich... Machen. Leu, wie soll ich die da... killen? Wow! Näh, wie soll das gehen? Okay. So, also. Ich will euch nur noch da hinten treffen und... Zack! Hey! Okay, wir haben alle gekühlt. Wo ist das jetzt? Ups. Wo ist das jetzt? Hm, ich denke schon. Okay. Das war's. Also, warum no daddy? Ich bin ja gar nicht dein Vater. Da hat er, wird er gedacht. Ach. Minecraft? Wo ist das jetzt? Boah. Hey. Coolen Minecraft-Schwert. Da will ich drauf landen. Ach, was? Das war's? Wieso war'n das? Ja, ja. Warte mal. Ähm. The blocks are ready. I want... I want to touch it. Okay. Hä, was ist denn jetzt passiert? Okay. Ja, keine Ahnung. Hm. Achso, ist wahrscheinlich nur so eine kleine Vorstellung. Kill some butt one. Das können wir ja schon mal. Ey. Ich schwör, ich mach's kaputt, ey. Alter. 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 Danke. I'm a monkey. You are dead. Was? Woo. Haha. Mit Speed. Nein! Wichser, Timmy. Du bist so ein Hund, ey. Ich hätte dich damals verkaufen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Aha, was machst du jetzt, hä? Hä? Au! Du Wichser. Haha. Habt ihr gesehen? Hat mich richtig mit seinen Händen gegrappt und dann... Blöder Hund. Blöder Hund! Ich will deine Beine nicht. Ich behalte die. Die können dir noch von Nutzen sein. Glaub mir. Ui. Nein! Uah! Kleiner Hund. Nein! Stock im... Keine Ahnung. Ja, ja, komm. Zwei Mann, das ist alles in Ordnung. Hoi, hoi. Alter, guck mal, wie unser Rad. Yee-hoo! Yeah, wir haben's geschafft. Yeah, yo, cool. Mega. Epic Battle 1 3. Le Minecraft-Textur. Oh, Le Minecraft-Textur. Nein, nein, nein. Ich mein, doch, 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 doch. Yeah. What the fuck? Ich glaub, mit so viel Speed schafft das jeder mit Leichtigkeit. Yeah. Wir fliegen zu dem Mond dann wieder zurück. Und Timmy blutet. Das kleine Miss-Shake. Hey. Hey. Hey, wir waren, wir waren aber schon im Ziel, ne? Egal, wir machen das nochmal. Ich will richtig ins Ziel kommen. Upsa. Das ist wohl keine Absicht. Egal, wir kommen noch ins Ziel. Glaubt mir, Leute. Wir kommen noch ins Ziel. Okay, noch einmal versuch ich's. Okay, noch einmal, weil ich das jetzt... Äh, weil... Ich muss mich nicht rechtfertigen, okay? Was ist denn jetzt los? Alter, jetzt schaff ich das nicht mehr. Okay. No. Okay, wir haben's geschafft. Okay. Okay. Leute, ich denke mir, das war's mit diesem Run. Alles klar, Run. Oh, manch, schön. Beine Beine auf Weisheit. Das war's mit dieser Aufnahme. Haut da rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und... Oh, bewertet es. Prost. Bis dann.